Ja, klopp dich selber tot. Ich glaube, auf Dauer tut das ein bisschen weh, der da macht. So, jetzt gehe ich nach oben. Boah, ich freue mich schon auf den Geron. Boah, ich freue mich schon. Boah, ich freue mich schon auf den Geron. Genau wie letzte mal. Oder? Sag mir nicht, die geht erst. Och nee. Was macht die denn? Ich will auch rein. Ah, geht nicht. Hören wir uns noch die Musik an. Cool. Die kann aber schnell essen. Oh, da ist die da gar nicht. Hey, ist die schon wieder hier hinter? Ich glaube, die hat das Essen nur hochgetragen, um das kalt werden zu lassen. Ja? Jetzt kommt, glaube ich, auch der Postbote und dann muss ich die nochmal ansprechen. Da ist er doch, oder? Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen zu machen. Oh, okay. Wolltfekt ist Timing. Ja, bin ich. Ja, ich komme um 11.30 Uhr vorbei. Und tschüss. Ja, ich bin. Ah, nee. Ich will ja noch ein bisschen haben. Wie viel gebe ich Ihnen denn jetzt? Ich mache mal... Ah, 40. Nein! Oh, hätte ich vielleicht voll mal abrechnen sollen. Ja, komm, kriegst du neun. Juhu. Wie viel? 200, glaube ich, oder? Ja. Ja, immerhin. Ah, nee. Okay, erstmal hierhin. Ich spule jetzt vor, gehe zu dem Windmühlen-Typen, lasse mich von dem vollhabern, dann kriege ich ne Maske. Und dann mache ich eben am zweiten und am dritten Tag das doofe Flugspiel. Dann resete ich nochmal die, äh, drei Tage und dann gehe ich zum Tempel. Ja. 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 Steins?' Ich frage mich, welche Drohungen der Intus hat. Ach die, nicht die Hasenmaske. Triff doch mal. Ah toll, ist sich ja total gelohnt. Der Arme, nur weil ich dem sein Zimmer geklaut habe, muss er jetzt draußen fällen. Geh ich mal hier rein. Vielleicht geht das schon. Na super. Ah. Als ob ich das jetzt beim ersten Versuch schaffen würde. Boah, die Sicht ist so beschissen. Ey, nee. Geht ab. Ja, lass mich doch mal durch. Ey. Ja, war ja klar. Ey. Das finde ich jetzt dein Ernst. Hä? Hä? Wo lang denn? Ne, komisch. Egal nochmal. Mal. Mal. Untertitelung des ZDF, 2020